Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA Ultimate Team. Ja, noch zwei Spiele und ja, wir müssen noch vier Punkte holen, um die Klasse zu halten. Das wäre natürlich wichtig. Heute die französische Mannschaft, wenn ich denn noch Verträge für die Jungs habe. Aber normalerweise schon. So, Schmelzer kriegt einen Goldvertrag. So, und Süle natürlich auch erstmal. Verbrauchsobjekt anwenden. Ich habe ja ein paar. So ist ja nicht. Brosse Verträge hätte ich auch ein paar, aber uninteressant gerade mal. Entschuldigung, da musste was raus. So, dann suchen wir uns den Gegner. Ich hoffe, den können wir auch besiegen und können da irgendwas reißen. Wäre echt schön. So, okay. Dann gucken wir mal. Die Trikots passen eigentlich. Beide Heimtrikots können wir ja mal machen. Und ja, weil die Farben stimmen. Eine komplett englische Mannschaft. Ähnliche Aufstellung, wenn nicht sogar die gleiche. 81er Gesamtbewertung. Möglichkeiten sind da, aber die Innenverteidigung ist stark, muss man sagen. Aber nicht unüberwindbar. Wir haben auf jeden Fall den Anstoß und können schon mal den Ball rollen lassen. Huch, da wollte ich nicht hin. Ah, da komme ich nicht mehr hin beim zweiten Versuch. Schiri lässt Vorteil laufen und er spielt schnell nach vorne. Nicht dumm. Auf jeden Fall nicht dumm. Es war klar, dass er hier nach hinten spielt. Kommand kommt nicht hin. So. Er probiert einen Distanzschuss. Oder nennen wir es mal Schüsschen. Ah, hier über dem Flügel. Ah, da wollte ich eigentlich nicht hin. Oh, elf Meter. Da haut er mich um. Direkt in der sechsten Minute. Putz drin. Läuft. Nasri mit dem Elfmeter-Tor. 1-0-Führung. Und jetzt nicht nachlassen. Weiter gekonnt nach vorne spielen. Und den Ball so gut es geht in den eigenen Reihen behalten. Aber... Ist schon mal eine Führung wert. Schöne Grätsche. Ah, der hätte eigentlich zu commanden sollen. Aber ist er nicht ganz. Ah, ich hau nur um. Schiri lässt wieder Vorteil laufen. Er zielt rein. Keeper hat den eben im ersten Versuch. Und im zweiten geht er vorbei. Abstoß. Weiter Ball. Da muss ich jetzt aufpassen. Alter. Nächstes Foulspiel. Vom Gegner. So. Hat für mal gediegen aus. Schön weit nach vorne knüppeln. Ah, schade. Das bringt mir gar nichts. Muss ich einfach mal so zugeben. Steckt ihn halt irgendwie besser durch. So. Er gibt auf Storage. Storage. Mit einem Schüsschen mal wieder. Ah, da kommt er wieder hin. raus damit. Ja, abgelenkt. Aber egal. Hilft ja nicht. So. Schön aufbauen. Ah, so nicht. Sauber. Sauber. Da kommt er zwischen. Ah. Hä? Wo soll denn der hin? Sauber. Ah, der ist zu weit. Schade. Ein Versuch war es wert. Oh. Schön dazwischen. Oh. Mein Gegner leider auch. Mein Gegner leider auch. So. Zum Glück hat er den Bodyjack ausgeführt. Oh. Weit weg. Oh. Ich will schon wieder zu offensiv rein. Mach dadurch meine Fehlpässe komplett. Storage. Oh. Nein. Kurz war. Den musst du doch rausholen. 1-1 der Ausgleich. Der Wahnsinn. Ja, war vorsehbar, wenn ich nur Gülle zusammenspiele. Aber trotzdem. Er war ja dran. Das wird mal wieder als Eigentor gewertet, ne? Er ist ja da. Wieso wirft er sich da hin? Wieso? Jetzt endlich mal das ruhige Spiel aufbauen, was wir eigentlich haben wollen. Mal ein bisschen versuchen. Ah, wo geht denn der hin? Bitte. Das kann doch nicht wahr sein. Ah. 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 Was mache ich hier? So schicke ich den überhaupt. Wieso mache ich dann überhaupt den Pass? Ah. Ah. Hier raus damit. Ah. Wunderschön. Schade. Aber den Einwurf haben wir. Besser als nix. So. Passt. Ja. Boah. 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 Und für eine schöne flache Granate. 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 Sauber. Nein. Boah. Mal kommen da wieder hin. Ne, 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 ne. Nix gibt's. Weg damit. Erstmal. So. Den haben wir. Ah. Schade. Den können wir nicht in den eigenen Reihen behalten. Den haben wir. So. Ist gut. Ah. Da haben wir Platz. Was war denn das jetzt? Ein Versuch, der zum Scheitern verurteilt war. Abseits. Ja. Denke ich's mir. Ziemlich packend hier gerade für mich. Schön dazwischen. Ah. Schade. Da hätte ich die Schussfünde gebraucht. No. Oh. Wolcott hat hier ein bisschen Vorsprung hier gerade. So. Halbzeit. Mit einer 2-1-Führung in die Hälfte hinein. Huijuiui. Vier Schüsse habe ich gemacht. Drei davon aufs Tor. Zwei waren drin. So gehört sich das. Das ist eine Bilanz. Die lässt man sich schmecken. Ah. Wo will er hin? Da ist er abgefangen. Ja. Schade. Den kriege ich beim besten Willen nicht. Und Wolcott läuft schon wieder überm Flügel. Und spielt rein. Oh ne. Ah. Dann kriegt er den schon wieder so glücklich hier noch an dem Fuß. Oh. Und kriegt den auch noch rein. Das muss man auch erst mal schaffen. Da ist es vorbei mit dem Vorsprung. Direkt nach wie der Anstoß wieder. Na. Den kriegt der Gegner. Oh. Und der kriegt den Einwurf. Oh. Und gleich nochmal. So. Mit Gips will er hier rum. Nichts gibt es fürs Erste. Nein. Dann geht der Pass ins Leere. So. In die zweite Hälfte Finken kommen schon Leute. Ah. Ich schieße mich wieder an. Sauber. Ah. Schade. Der Versuch war da. Wenn man nicht mit der Ruhe spielt. Dann wird das bei mir nix. Okay. Mapu macht den hier erstmals aus. Der wirft hier zurück. Der wirft hier zurück. Ah. Schickt den halt besser den Pass. wo gehen wir lang. Das ist die Frage aller Fragen. Ah. Da ist er weg. Er hat mir zu viel Druck gemacht. Er hat mir zu viel Druck gemacht. Den hat der Torwart. Oh. Oh. Wo ist eine Lücke? Ah. Das ist so nix. Aber den haben wir wieder. Ah. Ganz ruhig. Punkt. Das ist wieder drin. Kaballe. Uuuh. 3-2. Immer wenn ich ein bisschen schneller werd geht es. Ja. 甚 mal schön rübergelegt. Da war Platz. Da muss man abziehen. Baaaah. Wunderschön in dem Winkel. So, mache ich das Foulspiel. In Gottes Namen, nehme ich mit. Kurz war, kriegt nichts. War eine kleine Niedlichkeit. Komfort. Als ich wieder in den Ausgleich geraten ist, gibt es nicht. Bitte nicht. 20 Minuten noch irgendwie überleben. Watt. So. So, schön vorbei hier. Kann man mal machen. Ah, shit. Kann ich nicht nachlegen. Definitiv nicht. Und Wolcott schon wieder am Stürmen. So, weg damit. Ach, komm. Den kann man doch viel weiter klären. Ach, abseits. Okay. Ach, hoch die Tassen. Ach, oder auch nicht. So. Wo gehen wir hin? Da, Foulter Milch. Freistoß. 10 Minuten vor Schluss. Kann man schon mal mitnehmen. Gelb auch noch für ihn. Vielleicht ein bisschen hart, aber, naja, herzlich. Freistoß, naja, war nicht unbedingt der Beste. Oh, Seitenwechsel. Ah, war zu offensichtlich. Aber er passt in den Saus. Das kommt mir zugute. Noch ein Einwurf für uns. So, wohin mit dem Ding? Ah, schade, ey. Er kommt ran. Ja, die Grenze geht vorbei. Oh, er geht schön in die Mitte. Aber Carosso hat den. So will man den sehen. Guter Keeper. Ja, schön gehalten. Einfach nur mal Entspannung und weg damit. Ah, er kriegt noch den Freistoß. So, 31 Meter. Macht er den direkt oder macht er den indirekt. Ah, ist mir klar mittlerweile, dass es 31 Meter sind. Der geht weit drüber. Das nehmen wir gerne mit. Weiter Ball. Da kommen wir nicht hin. So, aufpassen. Dann gibt er viel rein, aber den kann er nicht machen. Drei Minuten Nachspielzeit. Aufpassen. Aufpassen. So, abgelenkt. Gut so. Gut so. Komm schon. Pfeif ab. Yes. 3-2. Diese umkämpfte Partie gewonnen. Ja, einen Punkt brauchen wir noch. Einen Punkt brauchen wir noch, um die Klasse zu halten. Der wäre wichtig. Den greifen wir morgen an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao.